Hey und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Vlog. Ein bisschen spät, aber besser jetzt als nie, informiere ich euch jetzt darüber, dass ich Bestandte von Team JaneJTV bin. Bestehend aus Janni, den ihr bereits kennt, Jakob und Jeremy, die ihr eigentlich auch schon kennen solltet. Wir zusammen haben einen Youtube-Kanal und streamen auch auf Twitch. Und ja, wenn ihr Content von mir sehen wollt, ich werde zwar hier auf dem Kanal hin und wieder mal ein bisschen was hochladen, sprich irgendwie, keine Ahnung, zumindest weg vom Gaming wahrscheinlich. Gaming wird, also wenn ihr irgendwie noch mehr von uns sehen wollt, formulieren wir es so. Dann schaut doch mal bei uns vorbei, lasst ein Abo da. Wir sind auf sämtlichen Social-Media-Plattformen vertreten. Also schaut einfach mal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Bis dann! Bis dann! Bis dann!